Der S&P 500 erholt sich nach seinem Rekordhoch über 5600 Punkten. Ihr seht, dass Nvidia auch wieder performt, trotzdem gestern ein deutliches Zeichen, dass die Tech-Werte unter Gewinnmitnahmen gelitten haben. Grund dafür könnten die Inflationsdaten sein, die waren überraschend positiv. Was das bedeutet, vor allem auch für die Zinskurve und dass wir jetzt womöglich schon bald genau vor dieser Wende stehen könnten, das gucken wir uns jetzt zusammen an, genauso auch was gerade im Kryptosektor los ist. Deswegen zurücklehnen, anschnallen und viel Spaß beim Update. Hi, mein Name ist Mirko und ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Wilde turbulente Zeiten am Aktienmarkt kann man fast gar nicht sagen, denn der S&P reitet ein Rekordhoch nach dem nächsten. Wie ich es in den letzten Videos immer gesagt habe, im Zweifel nach oben und genau die Devise geht auch weiter. Gucken wir mal hier auf die Kacheln, sehen wir vor allem AMD etwas stärker. Die Gewinne verlagern sich gerade um, weg ein bisschen von den Tech-Werten. Ihr seht es vor allem hier, die Verlierer, ein bisschen größer unterwegs. Nvidia, Apple immer noch mit einer starken Woche bis jetzt. Wir haben den Handelstag heute in den USA ja noch nicht eröffnet. Der Fokus geht aber rüber in Richtung Finanzwesen, in die Banken, denn die werden in der nächsten Woche die Saison eröffnen, die Quartalsberichtssaison und das wird wieder sehr interessant jetzt zu sehen, wie denn alle Unternehmen performen. Allen voran natürlich Nvidia und ob der AI-Hype weiter die Aktienmärkte tragen kann. Der DAX wandert aktuell so ein bisschen auf der Stelle. Keine krassen Gewinner und Verlierer, außer jetzt mal eine Vonovia auf Wochenbasis mit 7% im Plus. Nichts, was so für mich jetzt besonders heraussticht, zeigt, dass im DAX einfach diese AI-Romantik nicht da ist. Auf der anderen Seite, wenn dann eben die Tech-Werte verlieren wie gestern, konnte der DAX sich doch eben sehr gut halten. Wäre auch nicht wirklich fair, wenn man da unter die Räder gekommen wäre mit den guten Zahlen, die wir uns jetzt gleich mal angucken. Ja, Krypto, was soll ich dazu sagen? Also die Farben sprechen für sich und ich habe irgendwie das Gefühl, ich erzähle jede Woche die gleiche Geschichte und jede Woche gucken wir hier auf diesen Chart und sehen einfach nur noch rot. Was ist im Kryptosektor nur los? Bitcoin, wenn wir uns das Ganze mal Wochenbasis anschauen, 7% im Minus, Ethereum 11% im Minus, also die Altcoins nochmal ein bisschen stärker als Bitcoin. Was ist so ein bisschen der Auslöser? Die deutsche Regierung bzw. das Landeskriminalamt in Sachsen, die verkaufen nämlich gerade fleißig ihre Bitcoin-Bestände. Das war das große Thema. Wir gucken vorher nochmal kurz auf den Chart und da sehen wir eigentlich, dass wir ja in diesem Abwärtssog sowas von gefangen sind. Also hier seht ihr, ich hatte das Ganze mal eingezeichnet, am 7. Juni, wir sind schon über einen ganzen Monat jetzt in diesem abwärtskanal, in diesem fallenden Kanal, also ich weiß nicht, ob abwärtskanal der richtige Begriff ist. Einer meinte mal bei Twitter, ist das der richtige Begriff, ich habe keine Ahnung, schreibt mir gerne mal, wie ihr das bezeichnen würdet. Für mich ist es ein Abwärtskanal, ja, weil hier ein Kanal und es geht nach unten. Na gut, auf jeden Fall mal ein Downtrend, um mal ein englisches Wort noch mit reinzuwerfen und wir sehen, dass wir zwar Ausbruchsversuche hatten Anfang des Monats, die wurden aber je gestoppt durch die Verkäufe von dem Landeskriminalamt in Sachsen und auch andere Verkäufe von großen Playern genauso gepaart noch mit einer Mt. Gox-Sorge. Das Ganze hat für mich der Markt jetzt verkraftet, wir gucken gleich auch drauf, warum. Wir hatten hier eine W-Formation, eigentlich Hoffnung darauf, dass wir hier eine Erholung einsetzen, dann aber hier fast an der 60.000er-Marke einfach abgeprallt. Und das ist wirklich übel, sage ich euch ganz ehrlich, denn wenn wir jetzt diesen Kanal fortsetzen, dann wird sich der Trend, wie am Aktienmarkt vorhanden ist, nicht fortsetzen, sondern hier eben im Zweifel nach unten weiter tendieren. Und dann haben wir den nächsten großen Support, um die 50.000er-Zone, 51.000. Gerade auch auf Liquidierungsbasis sehen wir hier ein bisschen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir mit dem positiven Effekt vom Finanzmarkt hier weiter abwärts trudeln. Aber das ist leider die Marktreaktion und die gucken wir uns jetzt gleich nochmal an, die Zahlen, Daten und Fakten, warum das denn jetzt so gekommen ist. Ansonsten der ETF eigentlich für mich mit einer starken Woche bisher sehr viele gute Inflows. Wir haben zwar hier den Peak bei 300 Millionen gehabt, das war glaube ich am Montag der Fall. Und ansonsten ja durchweg positiv, aber auch hier wieder mit einem fallenden Trend. Die ETFs können die Märkte gerade nicht retten, weil die Märkte sich selber nicht retten können. Es ist ein hausgemachtes Kryptoproblem, ein Problem der Risiko-Aversion weiterhin, denn auch mit einer nahenden Zinssenkung besteht die Sorge weiterhin, dass diese Zinssenkung eben einhergeht, auch mit Gründen eines wirtschaftlichen Abschwungs, der sich schon in Bezug auf viele Unternehmen in den USA, vor allem auf Konsumentenebene, immer weiter durchzieht und andeutet. Deswegen werden die Quartalsberichte auch enorm wichtig werden. Ich habe euch kurz versprochen, wir gucken schnell mal auf die Wallet vom BKA. Und hier seht ihr rechts diesen Chart, das waren die Bestände, die Balance und die ist jetzt schon deutlich unter eine Milliarde gewachsen. Heute Morgen wurde auch wieder was verschickt Richtung Bitstamp, vermutlich weitere Verkäufe, die gemacht werden. Insgesamt sind nur noch 6394 Bitcoin vorhanden, das ist wirklich nicht mehr viel. Und hier kann man ein bisschen entspannt durchatmen, muss man klar sagen, denn ja, ich mache mir jetzt keine Sorgen. Ich denke nächste Woche könnte das Ding sogar schon leer sein, das ging viel schneller als erwartet. Und wenn so ein Damoklesschwert gefallen ist und weg ist, dann ist hier die Sorge auf jeden Fall auch mal vom Tisch. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, als würde der Kryptosektor hier eigentlich nur das nächste Problem suchen. Alle Updates wie immer auf meinem Kryptokanal aktuell immer montags, ab und zu donnerstags, wenn es was zu erzählen gibt. Immer dann, wenn es natürlich wichtig ist. Es wird auch noch weitere Anleitungen und Tests geben. Gerne vorbeischauen, gerne unterstützen und hier natürlich auch auf dem Kanal liken, abonnieren, kommentieren. Mich durch dieses Sommerloch tragen, jetzt wo die EM leider auch für uns beendet ist. Und sowieso auch am Sonntag dann vorbei ist, wer auch immer gewinnt, ist eigentlich egal. Dann brauche ich hier auf jeden Fall allen Support aktuell. Ansonsten findet ihr natürlich auch auf unserer Website finanzwissen.de alle möglichen Tests, auch unser Anbieterportal, Vergleiche. Gerne könnt ihr auch eure eigenen Bewertungen abgeben für alle möglichen Finanzprodukte, die ihr nutzt. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das hier macht und anderen damit eben hilft. Oder wenn ihr noch ein neues Produkt sucht im Finanzbereich, sei es im Banking-Bereich, Depot, Kreditkarten oder, oder, oder. Gerne unsere Vergleiche checken. Alles transparent und auch offen, einsehbar, wie wir da bewerten und was wir da genau machen. Wir machen jetzt mal weiter mit dem S&P. Und hier ist das genau andere Spiel. Zoomen wir raus. Natürlich, also der Aufwärtskanal ist hier sowas von imminent und existent. Hier hat man zwar eine kleine Korrektur, hier hat aber die W-Formation übrigens zu einer neuen hochgeführt. Das ist immer ein Zeichen von Stärke. Und es ist im S&P aktuell einfach so, im Zweifel geht es hoch. Es reicht noch die Kraft von AI, hier die Märkte nach oben zu schieben. Ihr habt es gesehen, ein Wider gehört immer wieder zu den Gewinnern. Aber, und das ist jetzt mal das Positive, Es schiftet sich aber auch ein bisschen um in die anderen Werte und zieht quasi damit den ganzen Aktienmarkt hoch. Und hier ist eben die Perversion wieder des Markts. Wir haben den Aktienmarkt auf der einen Seite, der handelt die Zukunft. Man versucht hier natürlich, die Zukunft zu handeln. Deswegen ist auch bei Quartalzahlen nicht wichtig, wie waren denn die Quartalzahlen, sondern wie sieht denn die Zukunft aus? Wie ist der Ausblick, wie ist der Forecast? Und konnte zumindest mal in Bezug auf die Vergangenheit die Erwartungen übertroffen werden? Das sind eigentlich die drei wichtigsten Faktoren immer bei Quartalsergebnissen und bei allen Wirtschaftsdaten, die wir bekommen. Denn der S&P versucht genau das in der Zukunft einzupreisen. Sechs bis zwölf Monate. Ich weiß auch nicht mehr, was da so ein bisschen die Daumenregel ist. Aber deswegen hat man eben oft auch diese Perversion, dass die Realwirtschaft wesentlich schwächer daherkommt, als der Aktienmarkt das eigentlich abbildet. Plus, gepaart mit der Tatsache, dass wir sehr viel Geld auf der Seitenlinie immer noch haben in Anleihen und auch eben Geld, was in den Markt gepumpt wurde, was irgendwo irgendwie nochmal reingehen will. Und die warten teilweise auch auf sinkende Zinsen. Und auch das preist der Aktienmarkt eben schon erfolgreich ein. Die erfolgreichsten Unternehmen, aktuell Apple wieder an der Spitze. Ich habe es jetzt nochmal aufgerufen, weil hier immer wieder ein Wechsel war. Bei Nvidia ist ein bisschen die Dynamik jetzt raus. Quartalsaison kommt. Ich denke, hier wird nochmal ein bisschen durcheinander gewürfelt. In den nächsten Wochen wird auf jeden Fall spannend. Ja, was war los diese Woche? Ich habe es jetzt gerade schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben Jerome Powell gehört. Am Dienstag und am Mittwoch gab es die Testimony vor dem Kongress. Spannend übrigens auch, dass er dort gesagt hat, dass er schon seit 2022 mit Joe Biden gar nicht mehr gesprochen hat. Natürlich, hier trennt sich natürlich die FED und auch Politik soll sich ja auch trennen. Trotzdem müssen die beiden meiner Meinung nach miteinander sprechen. Aber gut, da kam auf jeden Fall raus, dass das Ganze noch alles Zeit brauchen wird, dass man auf gute Daten wartet. Und die hat man wahrscheinlich dann am Donnerstag auch bekommen für eine Zinswende. Dann gucken wir uns die Daten mal an. Sind die wirklich stark? Kerninflationsrate unter den Erwartungen auf Monatsbasis niedriger gestiegen. Auf Jahresbasis eben auch entsprechend niedriger bei 3,3%. Die Inflationsrate auf Monatsbasis ist das allererste Mal, ich glaube seit 2022 jetzt, im Minusbereich unterwegs gewesen. Also deflationär in dem Zeitpunkt. Und die Inflation auf Jahresbasis ist runtergegangen auf 3%. Auch das wesentlich über den Erwartungen und Näherung zu den 2% ist eben vorhanden. Damit auch die Romantik, dass es Zinssinkungen dann ab September womöglich geben wird. Aber der Teufel steckt im Detail. Gucken wir uns die Inflationsrate hier erstmal an. Ist das ein toller Trend? Wir haben hier so eine kleine Stagnation hier in diesem Bereich. Deswegen war der Markt immer noch ein bisschen nervös. Dass jetzt hier wieder so ein Trend nach unten geht, ist erstmal als positiv zu werten. Aber wenn man ins Detail guckt, dann sieht man zumindest mal auch Zahlen, die nicht ganz so glücklich machen können. Nämlich, wenn man tief in die Inflationsdaten reingeht. Und die Dinge betreffen vor allem wirklich die Konsumenten und die Normalos da draußen. Versicherungen von Autos, 19,5% ist da die Inflation. Transportation Inflation, 9,4%. Hospital Services Inflation, 6,9%. Autoreparatur, 6%. Electricity, fast 6%. Und so weiter und so fort. Also da seht ihr, dass in den wichtigen Daten für Konsumenten die Inflationsraten immer noch sehr, sehr hoch sind. Und das birgt nach wie vor für mich ein Risiko, dass die Inflation auch grundsätzlich nochmal zurückkommen kann. Wenn auch auf der anderen Seite das auch eine Sache zum Ergebnis hat. Nämlich, dass die Konsumenten sich immer mehr zurückziehen, sich immer weniger leisten können. Ja, das ist ja auch gewünscht. Denn damit wird die Inflation runtergehen. Aber irgendwas braucht man eben. Und diese Sachen werden gebraucht. Und wenn da die Inflation noch hoch ist, ist das meiner Meinung nach ein großes Problem. Und mit einer der Gründe, warum es so schwer ist, in Richtung 2% auch für die USA zu wandern. Nichtsdestotrotz, der Aktienmarkt und die Wirtschaft sind hier voneinander getrennt und losgelöst. Losgelöst war ja auch das Stichwort, wenn wir uns mal die Bonds angucken. Denn die sind ordentlich gefallen. Hier seht ihr es. Mit den Inflationsdaten hat der Markt natürlich entsprechend reagiert. Was war die Reaktion dieser überraschenden Daten? Die Anleihen sind runter. Warum? Weil man jetzt mit einer Zinswende rechnet, gehen die Zinsen runter, gehen natürlich die Anleihen auch entsprechend runter mit den Renditen. Ist ja ganz logisch. Die Aktienmärkte sind kurz gestiegen, dann korrigiert. Dazu gleich nochmal vielleicht ein Erklärungsversuch. Ich rechne hier ehrlich gesagt eher auch mit Gewinnmitnahmen. Dass man sich sagt, hey, wir haben jetzt hier auch schon viel eingepreist. Jetzt nehmen wir Gewinne von den Großen mit. Und wenn eben die Großen Sieben ins Wanken geraten, dann auch der gesamte Aktienmarkt. Weil der wurde eh durch diese Sieben eigentlich komplett da hochgetragen, wo er jetzt gerade ist. Und das Ergebnis war natürlich dann auch noch, dass der US-Dollar schwächer geworden ist. Weil mit lockerer Geldpolitik auch entsprechend der Dollar ein bisschen schwächer wird an der Stelle. Ja, das waren so die normalen Marktreaktionen. Wenn auch mich überrascht hat, dass es doch so starke Gewinnmitnahmen vor allem dann gestern auch noch gab. Was bedeutet das jetzt für die Zinskurve? Wenn wir uns die Probabilities im CME Watch Tool angucken, dann sehen wir ganz wenig überraschend, dass im Juli nichts passieren wird. Das ist auch von Jerome Paul so rauszuhören gewesen aus der Rede zuletzt und aus dem Testimony. Aber für September rechnet der Markt eigentlich ziemlich sicher mit einer Zinssenkung. Ob dann im November eine Pause ist, hängt wieder noch von vielen Daten ab, die in dieser ganzen Zeit noch kommen werden. Aber ich lege mich ja auch fest, nach den Daten jetzt ist die Tür auf jeden Fall offen geschlagen worden, dass wir eine Zinssenkung sehen. Unter der Annahme, der Trend setzt sich jetzt sofort, der Downtrend geht weiter oder es bleibt zumindest auf dem Niveau und schnellt nicht nochmal an in Bezug auf die Inflation. Also das ist positiv, hat der Markt aber auch schon eingepreist. Das ist so ein bisschen das Problem. Und dann kann man sich auch erklären, warum an solchen Tagen dann auf einmal die Märkte doch nochmal ins Minus drehen, warum auch Krypto ins Minus dreht. Denn ja, wir haben eine Zinssenkung vermutlich erstmal aus guten Gründen. Im Detail sehen wir aber immer noch Risiken. Ich hatte euch gerade die Inflation im Detail aufgezeigt. Guckt euch allein nochmal die Job Reports an. Ich hatte das zuletzt immer wieder. Die wurden erstmal von den letzten fünf Malen vier Mal nach unten korrigiert. Das ist schon mal nicht so positiv. Und zwar deutlich nach unten. Was ich aber viel schlimmer finde, wenn man sich die Jobdaten anguckt, sind es eben viele Teilzeitstellen, die immer dazukommen bei den Non-Farm-Payrolls. Aber die Full-Time-Employments, die sind sogar gesunken um 653.000 in den USA. Das ist kein gutes Signal. Ja, weil was soll denn der Weg sein, dass dann eine Person fünf Jobs hat? Also, schön für die Statistik, aber viele bleiben dann eben auf der Strecke. Und das ist und bleibt ein Damoklesschwert, was ich im Markt immer noch sehe. Und die Gefahren werden jetzt aktuell einfach weggewischt durch AI und durch jetzt auch Zinsfantasien. Und das ist eben normal, weil der Finanzmarkt anders reagiert als die Wirtschaft. Kommt die Wirtschaft aber ins Wanken, wird auch der Aktienmarkt sein blaues Wunder noch erleben. Und erinnert euch an vergangene Zinssenkungen. Die haben zumindest immer auch Korrekturen zur Folge gehabt, weil sie oft aus negativen Gründen waren. Nämlich aus der Notwendigkeit, die Wirtschaft mit günstigen Zinsen zu pushen. Das ist eher in Europa so als in den USA. Aber die nächsten Quartalszahlen in diesem Jahr und auch die ganzen Wirtschaftsdaten werden uns viel mehr Aufschluss darüber geben, ob es in den USA nicht auch gerade schon einen Trend nach unten gibt, der so leicht eben durch Zinssenkung auch nicht aufzufangen ist, weil das Ganze eben auch ein nachwirkender Effekt ist. Ihr habt es auf der anderen Seite gesehen, Zinssteigerung, wie lange es gedauert hat, dann die Inflation auf ein gutes Niveau zu bekommen. Die US-Konsumenten hatte ich gerade schon genannt. Hier nochmal die Statistik dazu, nämlich der Sentiment Index, der ist so schlecht wie 2022 nicht mehr und zeigt, dass die Konsumenten gerade eher nicht in Kauflaune sind, was wiederum eher auch für negative Vorzeichen in der Wirtschaft spricht. Ausgeklammert sind hier eben die gesamten Technologiewerte, vor allem auch im AI-Bereich, da ist die Nachfrage ungebrochen und eben losgelöst vom Normalo, der da draußen unterwegs ist. Die rüsten gerade auf und das ist der Status Quo. Wer auch aufrüsten sollte, beziehungsweise abrüsten vielleicht besser gesagt, ist Joe Biden. Ihr habt, glaube ich, alle die Medien verfolgt zuletzt. Die haben sich jetzt eingeschossen. Es gibt tagtäglich ein neues Video, wie Joe Biden versagt, muss man ganz klar sagen. Er versucht ja krampfhaft, seine Kandidatur festzuhalten. In den USA rechnen wir jetzt eigentlich recht fest damit, dass das nicht passieren wird, dass er zurücktreten wird, ist nur insofern relevant, weil natürlich die US-Wahl damit fast schon eigentlich jetzt entschieden ist. Dass Donald Trump sehr gute Chancen, das sieht man auch in den Umfragewerten, das bedeutet natürlich auch einen Wandel in der Politik für die Wirtschaft und das beeinflusst die Märkte natürlich auch. Ob das jetzt ein Grund ist, für die Märkte zu steigen, ob das jetzt auch schon so eingepreist ist, sei erstmal noch dahingestellt. Die Live-Märkte aktuell, wie jeden Freitag, eigentlich immer recht unsicher und unklar. Wir haben den DAX bei 18.600 fast, also sehr stark unterwegs. Eigentlich immer noch auf Wochenbasis für mich. Und der S&P schafft das nochmal bei 5.600 zu schließen. Dass jetzt nach so einem Sturm nach oben eine Korrektur auch normal ist oder klar war, ist, glaube ich, selbstverständlich an der Stelle. Ja, warten wir auf die USA-Eröffnung. Ich kann dazu mehr auch jetzt gerade in dem Moment ehrlich gesagt nicht sagen. Der Fehl-Greed-Index ist im neutralen Bereich. Der war zuletzt ja wieder ganz kurz auch mal im Greed-Bereich. Kam aber eher auch aus der Angstecke. Die Angst scheint sich nach und nach wieder zu verfliegen. Natürlich auch klar mit Rekordwerten. Wie will man da irgendwie noch Angst klar machen bzw. rechtfertigen? Aber ich sage trotzdem, vergesst die Gefahren nicht. Und die nächsten Daten werden wir uns Aufschluss geben. Deswegen jetzt auch der Ausblick auf die nächste Woche. Und da hören wir nochmal Jerome Powell. Nichts Neues. Wird überhaupt nicht spannend. Vielleicht nimmt er Bezug auf die aktuellen Inflationsdaten. Das könnte interessant sein. Ändert aber nichts an der Zinsentscheidung, die dann in der übernächsten Woche in den USA fällt. Oder nee, die Woche drauf. 19 Tage sind es noch. Dann haben wir Europa. Da wird am Donnerstag entschieden von der EZB, nämlich die Interest Rate Decision. Da bin ich gespannt, ob es nochmal einen Zinsschritt jetzt nach unten gibt. Es ging ja schon südwärts. Ich kann mir vorstellen, dass man hier mit Pausen runter geht und vorsichtiger runter geht. Auf der anderen Seite, die Inflationsdaten und alle Daten, auch in Bezug auf die Wirtschaft, geben eigentlich genug Futter, dass die Zinsen weiter in Europa sinken werden. Also, das wird auf jeden Fall spannend nächste Woche. Ich rechne erstmal vielleicht mit einer Pause. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, weil das ist für mich eher Knobelei als wirklich eine fundierte Aussage. Wir haben auch noch keine Daten, keine Konsensusdaten. Die werden wir nächste Woche wahrscheinlich dann bekommen. Ich rechne vielleicht erstmal mit einer Pause. Wenn es weiter runter geht, wäre es auch nicht überraschend. Also, egal wie es kommt, es passiert. Und wir gucken noch auf Quartalszahlen. Die habe ich euch ja in Aussicht gestellt. BlackRock wird zum Beispiel liefern. Wir haben vor allem halt eben die Finanzwerte. Das sind immer diejenigen, die die Saison eröffnen. Dann kommen irgendwann die Tech-Werte. Die werden natürlich besonders interessant, weil sie eben den Aktienmarkt zum größten Teil tragen. Und Nvidia kommt immer als allerletztes ganz spät. Da sind wir natürlich alle gespannt, ob die Erwartungen noch weiter erfüllt werden können. Wenn die sogar weiter übertroffen werden, wie es zuletzt immer der Fall war, dann rechne ich auch mit weiter steigenden Märkten beim S&P. Und das in eigentlich einer Sommersaison, die eigentlich immer eher ruhiger ist. Die guten Monate kommen ja dann erst nochmal eigentlich in Q4 in der Regel. Gepappt mit einer Zinssenkung wäre das durchaus denkbar. Würde aber auch bedeuten, dass sie den S&P vielleicht sogar in der 6.000er Region sehen könnten. Ohne Korrekturen. Wenn auch eine Korrektur bei einer Zinssenkung nicht ausgeschlossen ist. Also ihr seht, es kann rauf und es kann runter gehen. Aber ich lege mich fest, im Zweifel geht es halt eben gerade aktuell nach oben. Wir sehen die Treppenstufen und ich sehe sie auch weiter erklimmen. Es braucht nur irgendeinen sehr schönen positiven Impuls, wie jetzt zum Beispiel auch die Inflationsdaten. Ja, die haben zwar auch dann für eine Korrektur gesorgt, aber weil auch der Schwung hier nach oben vielleicht doch etwas zu stark war. Das ist der Status Quo und ihr seht, dass eben auch eine Seitwärtsphase beim S&P immer doch nochmal zu einem Ausbruch geführt haben. Also aktuell ist und bleibt es positiv. Geben die Quartalzahlen hier noch weiter Futter, sehe ich keinen Grund, warum sich das erstmal kurzfristig ändern sollte. Schreibt mir gerne eure Meinung, eure Prognosen rein unten in die Kommentare. Gerne auch Videocontent, den ihr euch hier auf dem Kanal noch wünschen würdet. Ich werde mir definitiv auch nochmal das Thema Kinderdepot anschauen. Finde ich persönlich auch relevant. Kriege ich nämlich sehr viele Fragen von euch auch dazu. Sei es bei Instagram, Mail oder eben auch ab und zu bei YouTube. Gerne liken, kommentieren, interagieren, dem Algorithmus zeigen, das hier hat Relevanz. Und dann freue ich mich auf den nächsten Rückblick mit euch. Der ist aber nicht nächste Woche. Doch, der ist nächste Woche. Da bin ich noch nicht auf dem Turmland. In diesem Sinne, Leute. Schönes Wochenende. Macht's gut und ciao.